Was wäre, wenn ich was Schreckliches getan hätte? Etwas, das man nicht entschuldigen kann? Wenn jemandem die Lebenszeit abläuft, holst du ihn ab. Die Jobbeschreibung ist simpel genug. Manchmal müssen gute Leute schreckliche Dinger tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017